tag 5 wir haben nur trocken und es kam gerade zwölf uhr konnte immer das noch nicht aber ja mal so leute ich bin auch wieder am stil und es sieht aus was man landet ich habe fünf helikopter pilot schmeißt das ding über wasser ab ich rufe an und blub aus dem wasser Ich ärgere nicht mehr, ich pack du Scheiße rein und dann schmeiße ich ins Wasser. Ey, jetzt sieht es gar nicht so tief aus. Hoch, 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 alles genommen und hoch! Hoch ist mein Favorit aus dem Wasser. Ich hab'n Messbecher! Was? Und das wird dir brauchen den Fuß. Hindebein! Wird es genau sein, dass wir ein Sumpf sind, ne? So ne Art. Ich weiß es nicht. Ich bin auf dem Wasserfaustraum nicht so neblig. Nicht? Mhm. Toll. Super. Nass mir ist kalt. Ja, kämisch. Ich weiß auch, sie tut Köln hier den Fuß, den Fuß, der Fuß, ne. Köln. Komm mal, hier. Dann lass ich auch rein. Dann guck ich, was wir so haben hier. Nichts. Antibiotika und Verbandszeug. Naja. Die Mutiger ist schon mal gut. Ich hoffe, es hat nichts zu tun. Ich hoffe, es hat nichts zu tun. die kamen auf Schatzkarte. Aktiviert. Wisse. Wird das nicht auch irgendwo angezeigt? Ja, ne? Dann müsste auch wohl nichts auf der Karte sein, glaube ich. Irgendwo. Oh, nicht so weit weg. Oh, ja, ne? Ich meine, hier brauchen die nicht mehr. Ja, was für das nächste mal? Ich guck mal Richtung hier innen, so bis 17 Uhr und dann Und ich hab Knast. Toll. Ich geh' los, der Buga. Du bist irgendwie was zu essen, hm? Ja, es ist... Mais. Oh ja, aber ich hab' nen Ofen. Irgendwie n'gehackt oder sowas. Ja, ist doch scheißegal, was man früher auch zu fressen. Soll ich uns jetzt abpflanzen? Hauptsache, was vom... Schnambulier. Hier liegt das neue Coupé. Okay. Das passt mir natürlich jetzt sehr gut. Das ist jetzt mal ne Glückssache. Ne Eisenschaufel. Ich bin auf dem Weg zum Scherz, wie aus ne Eisenschaufel. Und ne Haus. Ich bin auf dem Weg zum Scherz. 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 Das war ein Pfeffer. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. 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 Oh. von den scheuß wie johann viele hörscher hier das war so er ist tot, dann will ich mich zur hausen nehmen du musst ne Axt nehmen, fand ich gerade wir haben natürlich nicht gesagt, wo wir sind 10 Energie, aber die Leute sind so fressen ist so ich hab einen eingefunden wow ich bin gerade wieder zurück in Richtung Haus ja ich bin auch selbst hier stehen die Zermise vor einmal hier stehen richtig viele ich bin gerade beim Camp vorbei und so hier sind richtig viele ich muss sie auch hinterher laufen, weil ich noch Fleisch stinke ja ich bin auch so ja du Fleisch auch, aber Fleisch auch nix mal was vernünftiges irgendwie in den der Kern boah das ist so neblig dunkel dies hier nichts oh das ist so neblig das ist so neblig ich will auch noch vergiftet das nervt wie ausdauer wegen gesundheit 67 67 darunter ok in den vogel jetzt werden wir wahrscheinlich öfters vorbeigehen was nicht nur kaputt jeder eingang Was haben wir denn schönes? Ein Ei. Da kann sie durch. Ich hab ein Ei, ok. Ein zwei Eier könnte ich mir schon mal beraten, aber ich brauche das für zwei. Richtig. Achso. Die die nicht haben. War ja noch eine, aber die wollte ich jetzt nicht nehmen wollen. Ich hab zwei eben jetzt so. Da ist grad ein Wildbrett drin, wenn du dann willst. Wildbrett. Was so viel hat jetzt nicht gebracht, ne? Wildbrett. Oh,feito. Oh, hihihi. So, wo die beiden rausnehmen. Was ist schon mal. Ehe. Oh, hihihi. Aber ohne. Oh, das ist ja. Oh, das ist ja, ich weiß. Ich weiß ja. Oh, das ist ja nicht. Was ist das? Ein gekochtes Ei für dich, ein gekochtes Ei für mich. Hey, zwei gekochte Eier. Ich brauche noch ein, so hier nur noch ein Glas. 29 Prozent. Yeah. Das ist laut Spiritus-Echsen. Ja, aber da ist man schon warm. Ich denke, das ist ganz schön hydrii, ne? Es ist ja auch der Eingang zum Tagebau. Bald, ja, bald, bald. Deswegen, hier drüben ist ja höher. Ich brauche steil. Guck mal. Guck mal das. Ich würde mal sagen, es wird eine blutige Nacht werden. Ja, bei dem, was hier rumkommt, auf jeden Fall. 30 Minuten um... Nicht mal 30 Minuten. Spielzeit 30 Minuten um steil zu fahren. Ja. Hast du doch mal die Tür reingepastelt? Ja. Wollte ich jetzt gleich machen, weil... Ich habe es doch noch nichts geholt gehabt. Und dann wollte ich... Wieso ist denn hier Schwierigkeit? Weil hier noch kein Dach drauf ist. Und draußen. Wo sie nicht wohnen. Lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein. Ja, 15 Prozent. Ja. 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 Da. Ja. 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 Ich habe auch noch einen Besuch. Vielen Dank.